Achtung Kamera, heute Filme bei Stadtrass. Dreharbeiten zu einem Film über den Laden und die Menschen dahinten. Und die Menschen dahinten in der Stadt. 200 Euro bitte. Alles gut. Trinkt ihr das nicht? Ne, bitte nicht. Bitte nicht, dann werden wir bloß zu fett hier. Ist doch gut. Ich komme jetzt zum Anschrauben noch mal. Na super, dann muss aber Trinkgeld fertig werden. Schöne Wochenende. So. Stört Sie, dass ich ein bisschen film? Nö, hab ich schon gewundert, was das ist. Eine GoPro oder was ist das? Ja, ich drehe eine kleine Doku über Kunden, Patienten. Okay, ja, ich werde mich benehmen. Ein bisschen ganz normal. Ja. Ein bisschen ganz normal. Ja.